Ich heiße Eleni Hatzemichali. Ich bin aus der Solidaris-Initiative Solidarity for All in Griechenland. Ich bin hierher gekommen, in dieser Konferenz teilzunehmen, weil ich es sehr wichtig finde, wenn solche nationalen und internationalen Treffen stattfinden. Es ist gut für die sozialen und solidarischen Bewegungen in Griechenland, in Kontakt mit anderen sozialen und solidarischen Proteste und Bewegungen zu kommen. Das ist eine gute Gelegenheit. Ich lade alle solidarischen Leute vom Ausland, auch nach Griechenland zu kommen, damit es auch eine ständige und aktuelle Kooperation stattfindet. Für mich war hier sehr interessant, weil, wie gesagt, ich habe Leute aus verschiedenen Ländern kennengelernt und wir haben darüber gesprochen, wie sich die Leute von unten selbst organisiert können, in Gemeinden, damit sie gegenüber der Krise stehen, überleben können und gegenüber der neoliberalen Memorandenpolitik widerstehen.